Mit GIMP bearbeiten Hobbyfotografen Bilder. In unserem Screencast zeigen wir das einfache Zuschneiden und Verkleinern von Digitalfotos. Zunächst öffnet man das gewünschte Foto über die Menüsteuerung. Auf der linken Seite in GIMP befindet sich der Werkzeugkasten. Die einzelnen Werkzeuge wählt man per Mausklick aus. Für das Zuschneiden eines Bildes klickt man die rechteckige Auswahl an. Mit dem Cursor wählt man einen beliebigen Ausschnitt aus und wählt unter dem Menüpunkt Bild die Option auf Auswahl zuschneiden. Bei Bedarf macht man vollzogene Arbeitsschritte mit einem Klick wieder rückgängig. Dafür klickt man auf der rechten Seite des Programmfensters unter Journal auf die letzte brauchbare Version des Fotos. Die Bildgröße ändert man ebenfalls unter dem Menüpunkt Bild. Hier wählt man Bild skalieren aus und verkleinert das Bild entweder auf eine bestimmte Pixelzahl oder legt eine prozentuale Größe des Originals fest. Die Werte verändert man per Schieberegler oder gibt die Zahlen per Hand ein. Mit einem Klick auf Skalieren ändert GIMP die Bildgröße. Das zugeschnittene Bild speichert man auf der Festplatte. Unter Ordner Browser ändert man bei Bedarf den Speicherort. Unter Dateityp legt man das Bildformat fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017